Hallo? Oh, ich bin groß, ich bin ganz groß. Hallo Internet, hallo Erfurt, schön, dass ihr da seid. Natürlich klingt das vielleicht nicht so wie zu Hause, aber es sollte gut funktionieren. Wir haben im Vorfeld die Schlangen gesehen, die am Eingang stehen, die sind irre und es wird brechen voll. Das sieht man einfach schon und deswegen haben wir gesagt, wir warten ein bisschen, damit wir hier nicht vor leeren Rängen spielen. Wir können auch mal in die Totale schalten, denn ich bin hier nicht alleine. Tata, erstmal dickes Dankeschön hier an Utz und an den Christian, die im Hintergrund sind. Vielleicht werdet ihr sie auch vor der Kamera sehen, aber die schalten hier die Knöpfe im richtigen Moment. Das ist sehr schön, also danke dafür. Und ja, ich bin nicht alleine hier, nämlich schon mit unserem ersten Runner heute. Wir machen aber ganz entspannt und quatschen gleich erstmal ein bisschen, damit es hier noch ein bisschen voller wird. Ja, aber Stormson ist da. Moin, hallo, schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt, wir werden gleich, es ist ja kein Geheimnis, man hat es ja schon im Programm gesehen, ein Donkey Kong Country 2 Speedrun sehen. Ich habe immer Donkey Kong Country nur gesagt, aber es ist natürlich ein Unterschied. Es ist ein immenser Unterschied, ja. Aber auch, hast du die anderen Teile auch gerannt? Ich habe mal in deinem Profil geguckt auf speedrun.com. Da habe ich zumindest gesehen, dass du noch andere Kategorien runnst. Ja, genau. Und Donkey Kong Country, das Ursprüngliche auch mal? Es ist geplant, also ich mache es so ein bisschen on the side, kann man sagen, aber dieses Jahr ist geplant, 306% quasi durchzuziehen und dann alle drei Teile am Stück. Ja gut, naja, sehr schön. Ich sehe gerade auch, dass es natürlich im Chat gibt es Subs. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir werden während dieses Events nicht immer auf die Alerts eingehen. Also wir haben die Alerts auch deaktiviert. Und wir kriegen das natürlich mit und wir wissen das sehr zu schätzen. Also danke für euren Support. Aber hier sind die Alerts deaktiviert. Aber auf der anderen Seite eine kleine Neuerung hier für die Bühne. Wir haben den Chat hier für alle Leute im Publikum sichtbar und zwar deutlich sichtbar. Auch wenn man nur an der Bühne vorbeiläuft, wird man den sehen. Der ist riesig. Das heißt, wenn ihr spammt oder wenn ihr irgendwas tut, was ihr in den Chat schreibt, das wird hier gesehen. Habt das im Hinterkopf, aber das wollten wir natürlich so. Auch für gute Momente, wenn es vielleicht mal Emote-Spam gibt oder so, ist das natürlich schön, dass dieser Chat hier riesig zu sehen ist. Also habt das im Hinterkopf. Ja, sehr schön. Die Leute kommen rein. Es sind natürlich super viele Leute im Cosplay hier. Ich bin sehr gespannt. Was gibt es heute Schönes? Also natürlich starten wir gleich mit Stormson. Wir haben auf jeden Fall auch ein paar Freestyle-Slots. So viel kann ich schon mal sagen. Aber das ist auch das, was wir genau wollen und was Spaß macht. Wir werden mal gucken, wen wir uns hier gleich alles noch auf die Bühne holen. Wir haben aber natürlich später noch den Clay. Da freue ich mich auch extrem drauf. Clay, der kommt nämlich mit Super Mario Wanda. Das hat mich ja leider irgendwie so ein bisschen liegen lassen, das Spiel. Dann zeigt er uns, wie es richtig geht. Wir haben unsere Mario Maker Challenge nachher. Dann können die Menschen hier vor Ort auf die Bühne kommen. und Mario Maker spielen und den ein oder anderen Preis mit nach Hause nehmen. Ja, das wird ganz gut. Und ansonsten seht ihr im Intro und in der Pause immer unser Programm. Das, was so geplant ist. Ja, sehr schön. Ja, ich weiß nicht. Gehen wir langsam rein. Ich meine, warten, warten ist ja eigentlich auch Quatsch. Wir haben ja ein Schedule. Ich denke mal, die Reihen werden sich während des Runs dann füllen. Und ich würde sagen, dass wir jetzt gleich mal mit dem Run starten. Ja, gerne. So, wir spielen das Ganze auf dem Super NT. Du spielst zu Hause auch auf einer Super NT, oder? Wir gehen schon mal rein. Ich spiele auf einer Super Famicom. Auf dem Super Famicom, ja. Genau. So, Leute, der Sound kommt natürlich sofort. Wir wissen ja, wo der Fehler ist. Hallo. Hallo, Chat. Jetzt. Jetzt? Okay. Jetzt ist nur die Frage, ob ihr den Sound doppelt habt vom Spiel. Das müsstet ihr uns zurückmelden, dann sollte eigentlich alles funktionieren. Ja, ich habe ja gesagt, das wird hier live Soundcheck mit dem Chat. Das ist jetzt das erste Mal. Wenn gleich alles funktioniert, ist alles wunderbar. Alles klar. Gut, also nochmal kurz. Wir spielen Any%- wir spielen 1.1-Version, weil wir... Ihr werdet es gleich sehen. Ich kann es nicht im Detail erklären. Wir werden sehr krass den Speicher des Spiels manipulieren, um Level wirklich in der Ganze zu skippen. Das wird sehr merkwürdig aussehen. Ansonsten, ja, es kann sein, dass ich ein paar Saves mache oder ein paar Extraleben farmen muss, weil es ist schon sehr tight in Any%- Aber ich werde versuchen, so gut es geht, das Spiel auch zu erklären. Und natürlich, das sei natürlich nochmal erwähnt, jeder, der hier einen Run zeigt, der muss hier... Also, hier wird nicht erwartet, dass wir hier eine Bestzeit oder irgendwas holen. Das ist einfach ein anderes Setting. Man ist nicht zu Hause. Das ist ein Showcase. Also, seht das so ein bisschen so, dass der Speedrun einfach gezeigt wird. Das wird natürlich hier nicht die beste Zeit, die du jemals gemacht hast. Ja, das hoffe ich auch nicht. Das wäre schon cool. Das wäre cool, ja. Wenn das eine TV wäre, wäre das auf jeden Fall ein schönes Beauty. Aber ja, dabei reden und dann gleichzeitig noch erklären. Also, darum geht es halt gar nicht. Ja, etwas leiser das Game, kriegen wir zurückgemeldet. Aber, ja, der Utz in der Regie hat auch ausnahmsweise den Chat diesmal. Also, wir sind diesmal nochmal besser vorbereitet als beim letzten Mal. Und das wird gleich alles so ein bisschen reingeregelt. Okay, sehr gut. Any%- Wir haben angepeilt, 45 Minuten. Genau, also es wird, wenn es gut läuft, unter den 50 Minuten wahrscheinlich bleiben. Alles gut, also wie gesagt, habt da gar keinen Stress. Wenn mal irgendwo ein Leben verloren geht oder du restarten musst, kein Problem. Und ich habe gesehen, du hast Passwörter. Ja, genau. Wir werden vielleicht Swanky sehen, was man normalerweise nicht in den Run macht und ein paar Leben farmen. Ich habe auch einen Backup, wenn es ein Totalausfall sein sollte, habe ich auch einen Backup-Safe. Also, wir werden so das komplette Spiel heute sehen. Perfekt, also sehr gut vorbereitet. Genau. Ja, hervorragend. Also, von mir aus kannst du losgehen. Okay, dann. Gib mir einen Countdown und wenn du Go sagst, werde ich den Timer starten. Genau, Time ist, soweit ich jetzt in den One-Player reingehe und dann machen wir jetzt 3, 2, 1, Go. Okay, los geht's. Ich bin sehr gespannt. Genau. Die Leute wissen ja, ich bin ja nicht der größte Donkey Kong Country Fan, aber die Speedruns finde ich natürlich nice. Genau, also bei Donkey Kong ist das Wichtigste, wir wollen so oft rollen, wie es geht und am Ende einer Rolle wollen wir rausspringen, weil ansonsten so Stop-Frames kommen und das wollen wir halt verhindern, indem wir am Ende von Rollen rausspringen. Man muss jetzt dazu sagen, in Donkey Kong Country 2, die ersten zwei Welten werden hauptsächlich nur so Developer Warps sein. Also in den ersten zwei Welten in Donkey Kong haben die Developer immer solche Barrels eingebaut, mit denen man am Ende des Levels teleportieren kann. Das legt sich dann ab Level 3. Hier machen wir jetzt so ein Invisible Object und damit zauber ich mir jetzt das Barrel und beende das Level einfach. Okay, du hast dir jetzt quasi das Developer Barrel zu dir geholt. Genau. Und weil das Spiel in der Situation einfach nicht weiß, was es machen muss, sagt das Spiel, okay, hat die Stage beendet. Also das Spiel ist komplett überfordert mit der Situation. Und war das jetzt schwer auszuführen natürlich? Äh, nee, das ist nur einer der Einfachen. Also die werden schwerer, manche Warps, aber das sind jetzt gerade noch das Easy. Wir kommen, nach diesem Level kommt der schwerste Warp, einer mit der schwersten Warps. Aber bis dahin haben wir jetzt gerade, es ist auch, man muss dazu sagen, das ist leider der Nachteil an Any% die ersten zwei Welten sind halt einfach so ein Autoscroller gefühlt. Also als Runner ist es super Pain, das zu machen. Ja, verstehe. So, jetzt kommt Redly, die Schlange und jetzt versuchen wir einen Skip. Das hat jetzt nicht funktioniert. Jetzt muss ich den richtigen Frame treffen. Und das hat nicht funktioniert. Ach, krass. Schauen wir mal, ob es noch geht. Nope, das geht nicht. Schade. Okay. Also bei diesem Warps ist wichtig, wir müssen das Positioning, ist super entscheidend, weil sobald irgendein Gegner in den Screen geladen wird, dann sind die kompletten Speicheradressen falsch und dann geht es nicht mehr. Deswegen, die Tricks sind super präzise. Okay, verstehe. Aber ich habe jetzt wieder versucht, dieses Invisible Object quasi zu mir zu holen. So, hier haben wir jetzt Crow, einer der nervigsten ANG-Bosse in diesem Spiel, auch mit so das einzige ANG, was man in Donkey Kong Speedrun eigentlich hat. Gut, das ist zumindest bei zwei Minuten beim Run. Also da kann man auch nochmal den Reset-Button drücken, ne? Genau. Das kommt sehr, sehr häufig vor. So, und bei Crow ist halt der ANG, diese Eier, die kommen. Da können jetzt beliebig viele Fake, also falsche Eier kommen, sowas hier zum Beispiel. Und bei jedem dieser Eier verlieren wir so zweieinhalb Sekunden. Ja. Genau. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, wir wollen die Bosse immer mit Dixie machen, weil jetzt kommt halt diese Gitarrenanimation und die ist zwei Sekunden schneller als der Diddy-Web. Deswegen sind Bosse immer mit Dixie. Okay, ja gut. Achtest du bei dem Ziel? Ich habe gesehen, da gibt es ja immer dieses Ziel am Ende, wo du drauf springst und dann gibt es entweder Leben. Oder musst du darauf achten, dass du irgendwas nicht treffen darfst, weil das länger dauert? Ich darf nicht zu hoch auf das Ziel rausspringen, weil ich sonst die volle Animation mit den Diddy-Web und so weiter bekomme. So, hier haben wir jetzt wieder Invisible-Object gemacht. Es wird langsam weniger werden, aber wir haben noch so ein paar Stellen. Wieso haben die in Develop, also gibt es diese Death-Barrels nur in den ersten beiden Welten? Das ist, keine Ahnung, das ist seit Donkey Kong Country 1 so. Warum? Ich weiß nicht, ob das zum Test, also keiner weiß, ob das nur zum Testen war oder... So, das ist jetzt ein Goal Swap, was wir gemacht haben. Normalerweise, wenn man die Kongs wechselt, haben wir eine sehr langsame Animation. Man kann aber, wenn man im vollen Movement ist, einfach auf den Goal Post Select drücken und dann aktiviert man das Ziel und kann dabei den Kong swappen. Das wollen wir natürlich machen, damit wir für das nächste Level schon den Dixie oder Diddy vorbereiten. Bei diesem Level schießt das Warp Barrel uns leider in dieses Fass rein. Jetzt sieht man, warum du das verhinderst, weil die Mose kommt. Okay, verstehe. Aber ja, es wird gleich, äh, gleich werden wir mal ein bisschen mehr Movement sehen, wenn wir gleich am Ende von Welt 2 sind. Ich wäre immer noch im ersten Level, steht im Städte. Ja, das glaube ich nicht nach vier Minuten, aber vielleicht in der ersten Welt. Genau, das Warp Barrel ist hier ein bisschen oberhalb des Screens versteckt. Aber ja, warum? Wahrscheinlich zum Testen, aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Gut, aber verstehe ich, als Runner könnte das nerven, wenn die ersten Level so... Ja, es ist super anstrengend. Also du läufst auch irgendwann in so einen Tilt rein, sag ich jetzt einfach mal so. Weil du machst ja immer komplett dasselbe. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel bei Crowe den Boss dann zu viele Fake-Eier bekommst, dann bist du halt, ja geil, jetzt kann ich schon wieder die erste Welt spielen. Ja, ja, verstehe ich schon. Ja, das ist es jetzt. So, jetzt kommen wir zu Cleaver. Cleaver ist dieses Schwert, was aus der Lava kommt. Wir müssen Cleaver mit Kanonbällen abschießen. Das einzige A&D über Cleaver ist, wo diese Kanonbälle spawnen. Und wir werden gleich versuchen, ein Cycle zu skippen, weil das Spiel möchte normalerweise, dass wir warten. Und um das zu verhindern, werden wir gleich so eine sogenannte Strat machen, die Lava Fly heißt. Und dafür werfe ich Didi jetzt hier rauf. Hover jetzt einmal komplett auf die andere Seite der Map. Und lande jetzt hier, muss jetzt einmal Cleaver triggern, damit die Haken spawnen, weil die spawnen erst, sobald er einmal angegriffen hat. Und damit haben wir jetzt einen Cycle komplett geskippt. Okay, ja, verstehe ich. Macht man natürlich Casual nicht. Ja, genau. Casual will das Spiel eigentlich, dass man links wartet, Cleaver dann einmal angreift, dann spawnen die Haken, dann gehst du halt auf die andere Seite. Und hier jetzt einmal Flying Didi für die Fans, das ist so das Meme bei Donkey Kong. Okay. Ja, stark. Okay, das sieht noch aus, als wären die Level super kurz. Das liegt jetzt an diesen Barrels, sagst du. Genau, also jetzt haben wir keine Developer Warps mehr. Ja. Wir haben immer noch so ein paar von diesen falschen Warps, also diesen Wrong Warps, aber jetzt spielen wir das Spiel mal ordentlich. Okay, verstehe. Und das triggert halt natürlich im Speedrun auch rein, weil du machst halt erstmal diese zwei Autoscroller-Welten und dann kommst du halt in Welt 3, kannst endlich spielen, machst einen Fehler und kannst wieder resetten. Ja, okay. Ja, ich merke schon. So, jetzt haben wir Wambi. Mit Wambi kann man in diesem Teil so eine Charge Attack machen und man kann einen Double Jump machen, der nicht Intended ist. Also das ist ein Fehler, den wir ausnutzen. Okay, aber er hat auch diese Coyote-Time, dass du über den Rand hinauslaufen kannst und springen kannst. Genau, das ist vielleicht wichtig bei Donkey Kong. Wenn man von Rand runterrollt, kann man immer noch springen. Also das ist in allen Donkey Kong-Teilen so. Jetzt haben wir Dixi in das Fass geworfen und dadurch kriegen wir gleich einen sogenannten Super Jump. Also wenn Dixi jetzt Damage nimmt, wird Dixi einfach in die Luft katapultiert und dadurch können wir jetzt diese Sektion, wo man normalerweise in das Barrel rein muss und die ganze Zeit sich hochschießen kann, skippen. Also das war jetzt Intended, dass du den Damage nimmst, damit du die Tool. Genau. So, jetzt einmal kurzes Seizure Warning für die Leute draußen und auch hier, weil wir haben jetzt leider solche Lichteffekte hier in Glimmers. Genau. Die können wir nicht verhindern, wenn ihr Probleme habt irgendwie mit so einem Flackern, dann solltet ihr vielleicht kurz den Screen minimieren. Genau. Und immer wenn er jetzt die Richtung wechselt, da sieht man, es gibt einmal so einen weißen Flash. Also da die kleine Warnung. So, das, also Glimmers Galleon ist einer der schwersten Level zum Optimieren. Wir wollen halt, wenn möglich, nicht die Seiten oder irgendwas berühren, weil wir dadurch so ein langsames Movement bekommen. Und weil es halt ein Wasserlevel ist, dadurch ist es alles nochmal sehr viel härter. Normalerweise würde man auch gar nicht Diddy am Anfang dieses Levels nehmen, weil das in diesem Teil jetzt hier ein bisschen lag verursachen würde. Aber ja, auch Safety Reasons nimmt man natürlich in so einem Showcase dann Diddy trotzdem mit. Na klar. Deine PB, hast du die auswendig gerade auf dem Schirm? Ja, ich bin momentan bei 40, 26. Man sagt so ab 39 Minuten oder 38 Minuten, das ist so die Top-Ebene von Donkey Kong Country 2. Also da wird es ultra knackig. Also ich bin quasi gerade auf dem Weg für die 39er-Zeit. Und ist das ein Ding, wo du sagst, das ist auch noch was, das macht dir Bock, das grindest du noch weiter? Ja, ja, genau. Das muss ich für meine Nostalgie und für meine Kindheit, das muss einfach sein. Okay, okay. War das so der Teil, den du auch, hast du dir den ausgesucht, weil du den am coolsten findest oder hat dir der Speedrun irgendwie am besten gefallen? Mir hat der Speedrun gefallen. Eigentlich müsste ich aber Teil 1 Speedrun, weil das hat mir meine Schwester damals quasi so in die Hand gedrückt. Ja, aber Teil 2 einfach wegen der Musik und auch aus Nostalgiegründen habe ich mich irgendwie für den zweiten zuerst entschieden. Ja, das sieht halt teilweise, das ist halt Donkey Kong Country, das sieht immer so knapp aus. Du rollst da über den Abgrund, aber du kannst halt immer noch springen in der Luft. So, hier machen wir jetzt einen sehr merkwürdigen Warp. Dafür werfen wir Dixie einfach in das Schwert rein und tada, haben wir das Level abgeschlossen. Na klar. Alles andere wäre Quatsch. So, hier kommen wir jetzt zu Watto Batto mit Gangplank Gallium Musik, ein bisschen abgeändert. So, dieser typische Dixie 2 Song, wo jeder zumindest grinsen muss, weil die Musik einfach so ein Happy Song ist. Ja, voll. So, bei Watley, der Schlange ist wichtig, wir wollen immer springen, weil Watley ist langsam, wenn er quasi normal geht. Deswegen wollen wir eigentlich immer jumpen in den Level. Und ja, die Musik, also ich verstehe nicht, wie du diese Musik nicht mögen kannst. So, Moment, Moment. Also den Song finde ich jetzt natürlich auch kultig. Ich finde auch die Wassermusik ganz okay. Ja, ich finde nur die Musik generell ein bisschen zu überhalten. Ein paar Twacks, da kann ich es noch beziehen. Aber wir haben neben unserer Bühne übrigens auch die Retro Area. Da kann man ganz viele Retro-Spiele spielen. Also die werden zumindest mit dem richtigen Sound bescheilt hier. Ja, kein Zufall. Ja, wollte ich ja eigentlich für einen Double-Jump gehen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Deswegen muss ich ein bisschen langsamer spielen. Ist aber alles noch in Ordnung. Ja, sonst noch zur Technik. Du hast deinen eigenen Controller mitgebracht. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Das ist immer ganz praktisch, wenn man sein eigenes Werkzeug dabei hat. Man ist es gewöhnt. Ja, ich muss bei DCC so viele verschiedene Griffe machen, weil die Schlange steuert sich anders als die Kongs. Okay, ja. Die Spinne, die nachher noch kommt, steuert sich auch komplett anders. Es ist gefühlt manchmal so drei, vier Spiele in einen, was man hier lernen muss. Okay, okay. So, hier versuchen wir jetzt wieder für einen Skip zu gehen, weil dieses Level ultra lang ist. Dafür habe ich jetzt einen Swap im Wasser gemacht. Dadurch kriege ich einen Super-Jump. Kann jetzt quasi hier hoch springen. So, und jetzt mache ich wieder ein Invisible-Object mit den zwei Käfern. Springe jetzt eine bestimmte Position. Und habe den Wap nicht bekommen. Nice. Ja, das passiert leider, weil wahrscheinlich irgendeine Kameraposition falsch war. Der Nachteil ist bei diesem Warp, wir landen jetzt halt im Midway-Barrel. Also sprich, wir können ihn nicht nochmal machen. Aber jetzt muss ich das Level halt normal spielen. Okay. Ist das denn was, wo du jetzt schon resetten würdest? Ja, ja, auf jeden Fall. Weil man verliert jetzt 30 Sekunden, wenn man diesen Warp nicht bekommt. Und dann würdest du wieder die zu fünf Minuten Autoscroller Welt 1 und 2 spielen? Ja, genau. Ja gut, Respekt. Also man muss dazu sagen, Donkey Kong Country 2 oder Digressiv Speedrunning generell ist ultra hart. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Und man muss super Resets heavy gewohnt sein. Also wenn man das nicht abkann, ist Donkey Kong Country Speedrunning wahrscheinlich für einen nicht geeignet. Weil bei jedem kleinen Fehler oder bei jedem Tod muss man eigentlich resetten. Ja, okay, verstehe ich. Ja, Chat, nochmal der Hinweis. Euer Chat ist hier diesmal auf der Messe groß zu sehen. Das ist cool. Ich wünsche mir auch, dass wir das irgendwie etabliert kriegen nach einem Run, dass wir ordentlich spammen. Und ja, einfach so ein bisschen Stimmung auf dem Bildschirm kriegen. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum beliebtesten Track von Digressiv 2, Stickerbrush Symphony. Ja. So, und bei diesem Level wollen wir für sogenannte Quick Shots gehen. Wir haben so bei manchen Barrels so fünf Frames, um quasi instant in das nächste Barrel zu gehen, wenn es in den richtigen Winkel ist. Also hier muss ich auch sagen, der Song ist cool, aber ich finde, der passt halt nicht zu dem Level. Ich finde den Song komplett overweighted. Aber ja, also der Song ist cool. Der ganze Soundtrack ist natürlich bombastisch, aber ja. So, hier machen wir jetzt einen Damage Boost, um den Kong einmal durchzuwecken. Ah, f... Ja, okay. Eigentlich machen wir das. Jetzt habe ich aber gerade einen Fehler gemacht, weil ich hatte Diddy schon zuerst. Ja. Und normalerweise hat man Dixie hier zuerst. Deswegen war es jetzt unnötig, weil ich es gemacht habe. Wahrscheinlich, weil du gerade in dem Level den Wong Rob nicht geschafft hast. Und jetzt haben wir auch noch Damage genommen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen safer spielen. So, jetzt müssen wir auch das Maze of Shame machen. Normalerweise wollen wir hier nicht, da wollen wir diesen Part hier gar nicht sehen. Und dafür wollte ich eigentlich mit Diddy und Dixie durch diese Ranken quasi durchklippen. Da das nicht funktioniert hat, leider müssen wir jetzt diese Maze of Shame, nennen wir sie einfach. Na, immerhin weißt du, wie es geht, Casual. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Einfach den Bananen folgen. Okay, ja gut. Klingt simpel. Genau. Jetzt kommen wir zum dritten Boss. Das ist Cutchill. Cutchill ist ein kompletter Autoscroller-Boss. Aber wir wollen für sogenannte Quickshots auf Cutchill gehen. Das heißt, ich werde gleich immer an eine bestimmte Position gehen. Also der Boss ist so, er kommt dreimal runter. Wenn man nicht hochspringt, würde man gestunt werden. So, und ich gehe jetzt an eine bestimmte Position, hebe mit Dixie das Barrel auf. Und jetzt zähle ich quasi die Auf- und Abbewegung von Dixie, um in der Richtung quasi so schnell wie möglich das Fass dann auf ihn oder in ihn reinzudrücken. Okay, verstehe. Und es sind auch immer eine unterschiedliche Anzahl von Auf- und Abbewegungen. Und damit können wir bis zu zwei Sekunden. Jetzt wurde ich getroffen, aber es war noch okay. Und die Sprünge sind immer gleich? Nee, er landet immer da, wo du als letztes warst. Aber immer gleich häufig. Ja, genau. Jetzt in der zweiten Phase fängt er halt an, so die alle hinterher zu springen. Ja, okay, da habe ich jetzt das Timing versaut, dadurch muss ich die Phase jetzt nochmal machen. Und dadurch haben wir jetzt zehn Sekunden quasi verloren. Das ist halt der Nachteil, wenn man für diese Quick Shots geht. Also wir reden hier halt echt nur von so maximal zwei Sekunden, die ich da bekomme. Und wenn du es halt versaust, verlierst du halt zehn Sekunden. Und wäre auch sowas schon ein Reset für dich? Äh, ja. Also mittlerweile schon. Eieieieiei. Wie gesagt, Donkey Kong ist... Das ist hart, das Spiel. So, da habe ich das Positioning ein bisschen nicht optimal gehabt. Und deswegen habe ich jetzt einmal den letzten Shot so gemacht. So, wir sind jetzt in Welt 3. Ja, sehr stark. Also das sieht auf jeden Fall... Ich glaube, man erkennt, dass das irgendwas Skilliges ist. Also bisher habe ich noch keine Leben verloren. Da bin ich ganz happy drüber. So, jetzt kommen wir in Crazy Cremland. Crazy Cremland hat halt dieser Honey, äh, oder diesen Honig halt. Und bei sogenannten Honey Climbing müssen wir quasi immer an die Wand ranspringen. Von der Wand wegspringen und wieder ranspringen. Ist auch nicht so ganz einfach, wie so aussieht. So, wir wollen hier jetzt gleich für einen Trick gehen, der heißt Scrollyscroll. Ähm, wir werden gleich zwei Animationen übereinander stacken. Ja, die KC Speedruns-Twits haben immer sehr... Scrollyscroll und MumbleMall. Ja, ja klar. Ähm, genau. Wir werden jetzt gleich zwei Animationen übereinander stacken. Und dadurch ist das... Uh, ich brauche die... Okay, noch mal safe gehabt. So, und dadurch scrollt jetzt der Screen komplett irre. Und einfach auf die linke Hälfte des Bildschirms... Ist einfach so, weil das Spiel überfordert ist, dass zwei Animationen gerade gleichzeitig passiert sind. Geil, okay, cool. Genau, ansonsten haben wir jetzt noch kurzes Platforming. Und das war's auch schon. Der Screen-Scroll, die scrollt. Ja, genau. Ja, nice. So, jetzt kommen wir... Level 4, aber Welt 4 hat leider zwei Autoscroller, die ein bisschen das Tempo rausnehmen. Äh, das ist jetzt der erste Target Tower. Das Einzige, was wir hier optimieren können, ist, dass wir die Sprünge ein bisschen, äh, rechtzeitig machen und, äh, die ganze Zeit nach vorne halten. Dafür hat's gute Musik. Es ist so ein kleiner Downtime jetzt in den Run. Also hier kannst du keine Zeit rausholen. Also wir reden hier maximal von ein, zwei Sekunden, die ich rausholen könnte. Aber dafür haben wir die schöne Karneval-Theme und Karneval-Musik. Ja, und ich meine, das sind ja auch super ikonische Level, die Loren-Level. Ich meine, das ist ja nichts anderes als das Loren-Level. Und die waren ja auch, wenn man die Casual spielt, sind die auch total ekelhaft, ne? Ja, also, also leicht. Dieses Spiel ist Casual ultra hart, also, das muss man... Oder alle Donkey Kong Country-Teile sind nicht leicht Casual. Ja. Ja, und wenn du dann hier noch die ganzen Kong-Buchstaben sammeln willst, äh, ja, dann ist es noch schlimmer. Genau, hier machen wir jetzt einen kleinen Skip, indem wir einfach über die Libelle drüber springen. Aber wirklich, das sind so Micro-Optimizations, die wir hier machen. Und ja, Kong können wir hier nur in den Level sammeln, wenn wir für 102% gehen würden, weil der G-Buchstabe ist hinter dem letzten Bonus und das sammeln wir natürlich hier jetzt nicht. Ne. Okay. Und das Kong würde was nochmal machen in dem Fall? Äh, es gibt ja einfach ein Leben. Also, es zählt auch nicht in die Prozente rein. Es gibt ja einfach nur ein Leben. Irgendwie ja total schade. Das ist ja keine tolle Belohnung. Das haben sie erst ab Tropical Freeze und äh, Donkey Kong Country Returns. Ähm, gehört Kong zu der Prozentualen, äh, dazu. Okay. Ah ja, wir spielen ja die Original- und die bessere Triologie. Nein, also, äh, man muss dazu sagen, die DKC-Community, klar, wir trennen jetzt nach Original-Country-Reihe und nach, äh, der neuen Version, aber wir alle lieben alle Spiele. Also, es ist nicht so, dass wir, so, hier machen wir einen kleinen Camera Manip und an diesen Beaten quasi vorbeizuspringen. Und hier gehen wir jetzt wieder für einen Warp und dafür baue ich dieses Invincibility Barrel. Dann springe ich jetzt mit Dixie gegen diese Ranke, kann dadurch ein unsichtbares Objekt erzeugen und kann hiermit jetzt mit dem Bonus Barrel quasi das Level skippen. Na klar, na logisch. Auch ein ultraharter Reset-Point. Okay. Also, das ist, so, an dem Level muss man ein bisschen aufpassen, das ist jetzt der zweite Autoscroller. Wenn man am Anfang nach links drückt, kommt man in so einen Tempo Barrel, also wir fahren jetzt ultra schnell und ich muss jetzt quasi das Level spielen und, ja, einfach aufpassen dabei, nicht runterzufallen. Ach, krass. Okay. Und das Einzige, was wir hier optimieren können, ist, dass wir hohe, äh, Abhänge runterspringen. Okay. Im Chat stand gerade mal, wie lange der 100%, 102% Run dauert. Äh, ungefähr anderthalb Stunden. Also den rune ich auch, ähm, rune ich sogar mittlerweile lieber als any%. Oh, okay, das war, okay, ich hab nicht aufgepasst. Nice. Äh, ja, äh, anderthalb Stunden ungefähr dauert, 102%. Okay. Das Schlimme an diesen Level ist, man hat keinen Halfway Barrel. Das heißt, alles von neu, ja? Ja. Und dadurch, das ist halt ein Autoscroller, das verlieren wir halt über Zwitzahl. Das ist mein erster Tod, ich hab nicht aufgepasst, äh, selber schuld. Aber das ist ja offensichtlich so gewollt, dass du nach links fahren kannst, ne? Das ist so gewollt, ja. Okay, soll das einfach der Hardmode sein, oder soll das... Äh, nee, das brauchst du. Du kriegst den DK-Coin in diesem Level für 102%, wenn du all diese Leute überholst und, äh, erster wirst. Und das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du so schnell fährst. Ah, okay. Okay. Ich werde jetzt mal kurz versuchen, dieses Level nicht wieder, äh, nochmal machen zu müssen. So, wir haben es gleich geschafft. Jetzt kommen noch vier Sprünge. Okay, jetzt haben wir das Level geschafft, so. Boah, ist das schon, äh, das ist schon ein auswendig lernen, oder? Ja, das ist, äh, komplett auswendig lernen, ja. Boah, übel. Weißt du, wie viel Runs du gemacht hast? Hast du das... Über 1500 schon. Was? Ja, das ist, äh, also ich Speedwander-Spiel jetzt noch anderthalb, äh, anderthalb Jahre. Ach, du heilige. Also über 1500 bin ich schon. Zumindest in any percent. Okay, ja gut. So, hier gehen wir einmal unter den Barrel lang, das ist so wirklich am Zone, äh, an der Todeszone quasi entlang. Im Chat steht 500.000, ne, das ist mal anderthalb. 500.000, 500.000 wird wahrscheinlich nicht passieren. Da muss man das Spiel halt einfach nehmen, das ist... Also wir haben manche bei uns in der Community, die Speedwander seit über zehn Jahren, also... So, ich werde jetzt hier gleich wieder versuchen, ein unsichtbares Objekt zu, äh, erzeugen. Dafür brauchen wir diesen Cannonball. Nice. Abgeklappt. Ja, auch wieder Reset Point. Super Heavy Reset Point. Also, man, äh, man erkennt dieser One ist nicht einfach. Ja, ja. Also any percent ist super brutal. So, jetzt kommen wir in den Wambi-Rumble, äh, wir haben hier dieses Honey Climbing und ich bin im Honey hängen geblieben. Wir werden hier jetzt einfach Dixie hochwerfen und kriegen dadurch ein, ja, Boost, dass wir nach oben geschossen werden und können dadurch so eine nervige Sektion quasi skippen. Und gleich möchte das Spiel von uns, dass wir mit Wambi, also Donkey Kong Country 2 hat eingeführt, dass man so manche Sektionen hat, wo man wirklich nur ein Animal Buddy ist und gar nicht die Kongs mehr steuert. Das haben wir jetzt in dem Spiel hier und das Spiel möchte uns jetzt unser tolles Nashorn geben. Und, äh, normalerweise will das Spiel jetzt, dass man Casual quasi wirklich durch dieses Ding durchläuft. Äh, und da kommt jetzt gleich auch der Boss von dieser Welt und chast uns dann. Als Speedrunner chargen wir einfach durch und springen, äh, einfach durch dieses Level durch. Okay, und in diesem Charge ist es offensichtlich sehr großzügig, wie, ja, also du triffst die Gegner sehr einfach, ne? Die Hitbox von Wambi in Nashorn ist sehr, sehr großzügig, ja. Genau, damit sind wir jetzt auch schon beim Ende von Welt 4, also wir kommen, sieben Welten gibt es, wir kommen, äh, den Ende immer näher. Ja, stark. So, jetzt haben wir King, Sing, Sting, äh, das ist ein sehr, äh, auswendig Lernboss. Also, wenn man immer gleich sich bewegt, dann kann man eigentlich, äh, sehr prediktet diesen Boss machen. Was natürlich bei den meisten Wandern irgendwann einfach passiert, dass du so ein, immer dieselbe, äh, Bewegung machst. Und wir müssen halt immer seinen Stachel da unten, äh, abschießen. Ach so. Ja, und hier haben wir Squawks, den Papageien, hab ich, äh, vergessen zu erwähnen. Squawks kann hier sogenannte, ich, ich glaube, es sollen Eier darstellen, äh, Eier, Eier schießen, was Papageien halt so können. Na klar, das ist die absolute Papageienfähigkeit. Genau, und damit sind wir jetzt durch Welt 4. Welt 4 durch. Ja, stark. Aber ja, man sieht den Unterschied zu den ersten Welten, jetzt wird es wirklich deutlich mehr Exekution. Jetzt kommen wir Welt 5, Welt 5 ist schon knackig und am Ende von Welt 5 haben wir, äh, Webwoods, dieses, ein sehr beliebtes Casual Spin Level, wo man nur die Spinne quasi spielen muss. Und es ist im Speedrun auch mit das härtesten Level. Also, beliebt, meinst du es wirklich, oder? Ja, aber unbeliebt eher. Hier haben wir diese Geisterseile, die gibt's auch in SMB, die hat irgendjemand daraus implementiert, in die Hexen. Zack. Genau, wir wollen halt so möglichst viel skippen, wie immer geht, und so viel rollen, wie möglich. Ja, man sieht ja, du bremst immer, jedes Mal, wenn du dich an einem Seil festhältst. Genau. So, nimm mir jetzt einmal zu Save die Dixie mit. Äh, macht man eigentlich auch nicht. Du hast sie verloren am Anfang, das war... Uh, da hab ich nach unten gedrückt. Ja. Ähm, das, äh, hast du extra gemacht? Äh, ja, das war, damit ich durch diesen, äh, Fassgegner durchrollen kann. Okay. Äh, das werd ich aber jetzt nicht machen, ähm, weil ich eh Diddy gerade vorne hab. Äh, normalerweise wird man dann hier bouncen, aber man kann auch durch diesen Fassgegner durchrollen, wenn man, äh, Dixie opfert. Genau, ein bisschen zur Lore vielleicht, ähm, also Dixie und Diddy sind, äh, Freund und Freundin, die sind nicht verwandt miteinander. Äh, das ist, glaub ich, auch immer so ein Irrglaube, dass Leute denken, das ist eine Schwester, aber das ist eine Freundin. Das ist seine Freundin? Das ist seine Freundin, ja. Ah, ja, klar. Uh. Also ist lustig, dass hier jetzt gerade so Fehler passieren, die so wirklich gar nicht, äh, normalerweise vorkommen, aber... So ist es. Ja. Typischer Speedwanner-Meme, this has never happened before. Genau. Ja, hast du jetzt auch das Backup-Fass geholt, ne? Ja, genau. Für jetzt, ja. Feste Freundin, den anderen Seiten, ja, das müsstest du sagen. Ja, feste Freundin. Ja, das ist bekannt, ja? Das ist bekannt, ja. Das ist, äh, steht dick und fett in der Donkey-Lore. Okay. Ja, sorry, Leute, ist vergeben. Ist vergeben, ja. So, jetzt, äh, der letzte Autoscrawler, Haunted Hall. Ähm, das Einzige, was wir hier optimieren können, ist, dass wir alle großen Klippen quasi hochspringen und alle, äh, durch die Türen so hoch wie möglich drüber springen. Und, äh, alle größeren Steigungen müssen wir auch runter springen. Ähm, es gibt auch so Test-Videos und alles, wie man die optimalen Sprünge für dieses ganze Level machen muss. Also das Level hat es in sich, wenn man Zeit verlieren möchte. So, dadurch, dass wir jetzt auf der amerikanischen Version spielen, was ich normalerweise nicht mache, also ich spiele normalerweise immer auf der japanischen, ähm, hat nur den Unterschied, die japanische ist in den Ladezeiten so ungefähr zwei Sekunden schneller, ähm, und in diesem Level ist eine Biene weniger an einer Sektion. Deswegen kann es sein, dass wir gleich einen Kong verlieren werden, weil ich es nicht gewohnt bin, äh, auf der Version zu spielen, aber... Das ist ja irre, ne? Hat man sich das, ist das ein Fehler, oder hat man sich bewusst gesagt... Das hat man sich anscheinend bewusst für entschieden, also... Diese eine Biene müssen wir auf jeden Fall ändern. Alles andere bleibt gleich, aber... Die amerikanische kam ja zuerst raus und da hat man sich wohl gedacht, das ist zu schwer. Und deswegen hat man sie, äh, entfernt. Verrückt. Genau, da kommen wir nämlich jetzt gleich zu der Sektion, da müssen wir hier jetzt nämlich hoch. Ja, und da bin ich zu dicht an der Biene. Und das war sie? Ja, genau, das waren die Doppelbienen und in der japanischen ist nur eine Biene an der Stelle. Ja, scheinbar zu schwer einfach. Ja. Also es ist schon, man muss quasi die Hitbox, äh, muss man das Minecart schon in die Biene reindrücken. Also es ist nicht einfach. Naja, das ist aber auch ein cooles Level einfach. Und da ist gewollt, weil... Oh, okay, boah. Ich dachte schon. Weil es einfach Zeit verliert, wenn du über die Fässer springst. Okay. Ja, sehr nice. Das war ein cooles Level. So, Gusti Glade. Gusti Glade hat, äh, bringt jetzt so eine Windmechanik ins Spiel, die immer basierend darauf, wo wir auf dem Screen sind, quasi nach links oder nach rechts weht. Also es ist davon abhängig, wie man sich in den Level bewegt. Oh, das sieht immer so knapp aus mit den Abgründen. Das ist alles gewollt, das so aussieht. Ich meine, das haben sie auch durchgehend, das ist die Donkey Kong Mechanik eigentlich, ne? Dieses Curiosity Time, das gibt es in jedem Donkey Kong Spiel, ne? Ah, weiß ich nicht, ob in jedem, aber in dem bekanntesten. Ja, doch, selbst in Tropical Freeze und so weiter haben sie es noch, obwohl es ja nicht von Rare ist, ähm, haben sie es weitergeführt. Das war jetzt nicht gewollt, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, hier machen wir jetzt gleich ein Cycle Skip, indem wir einfach Dixie von unten in das Fass werfen. Ich sage, das Level mit den verschiedenen Tieren hat mich gebrochen. Ja, das spielen wir Gott sei Dank in any percent nicht. Ist das so schlimm? Ja, das ist wirklich schlimm. Das spielt man nur in 102 Prozent oder All Stages oder so. So, jetzt kommen wir zu PCP, ähm, Paratute Panic. Das Level sieht eigentlich vor, dass wir uns an Quarks, also der lila Papageia ist Quarks, dass wir uns so runterhangeln lassen. Im Speedrun machen wir es natürlich nicht, sondern wir lernen das Level einfach auswendig und fallen einfach mit Dixie durch dieses Level durch. Ja klar. Boah, das fand ich auch irgendwie cool jetzt. Das war beeindruckend. Jo. Dammit Fußes in Tendl. No. Alter, okay, dafür mal einen Applaus, würde ich sagen. Das war ja wirklich abgefahren. So, und jetzt kommen wir zu Webwoods. Ähm, genau, am Anfang vom Webwoods ist das noch normal. Wir werden gleich auf, äh, auf die Spinne wechseln. Bei der Spinne, ich werde jetzt kurz erklären, bei der Spinne ist das so, man kann mit der Schultertaste Netze machen. Und wenn ich beide Schultertasten gleichzeitig drücke, am höchsten Punkt meines Sprungs, ist das Netz genau unter mir. Und da, und das sind die sogenannten Instant-Plattforms und damit wollen wir uns bewegen. Ich würde mich jetzt mal ein bisschen fokussieren, weil das Level hat es echt in sich. Und Casual wird's wahrscheinlich so überhaupt nicht bespielen. Oh, da hab ich ein Netz vergessen. War nicht schlimm, wir haben noch genug Leben. Wäre Game Over überhaupt eine Sache? Wahrscheinlich nicht in einem Speedrun, oder? Äh, nee. Also vielleicht, wenn du deinen ersten Speedrun machst. Ja. 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 Hier spiele ich jetzt mal gerade ein bisschen langsamer. Normalerweise kann man da so ein Leap of Faith machen, wo man dann einfach darauf vertraut, dass das Netz in einem richtigen Moment aufgeht. Das will ich jetzt gerade nicht machen. Ja, also wirklich beeindruckend. Ganz ehrlich, man sieht, dass das total ekelhaft ist. Das sieht ja wirklich krass aus. Ich finde das sehr belohnend, wenn man dem ansieht, dass das was Skilliges ist. Und das sieht man hier. Ja, auf jeden Fall. Es macht auch ultra Spaß und ist auch, muss ich sagen, sehr addicting. Sobald man einmal lernt, in Donkey Kong Speedruns schnell zu werden, das macht einfach ultra viel Spaß. Hier haben wir jetzt Crow 2. Crow lebt wieder, ist ein Geist. Hier haben wir leider auch ANG. Also es ist ANG, wo diese Fässer quasi spawnen werden. Worst Case verdienen wir halt auch wieder so vier Sekunden, aber der Spawn ist okay. Da gibt es auch keine Manipulation? Ne, leider nicht. Also leider sind Vögel in DKC-Games immer die Worst Enemies. Na gut, aber das ist natürlich beeindruckend. 1500 Runs. Ey, alter Schwede. So, das war jetzt Welt 5, wir kommen den Ende immer näher. Ja. Jetzt kommen wir zu Artic Abyss, das ist ein Wasserlevel und 2020 hat man einen Skip für diesen Wasserlevel gefunden. Den werde ich jetzt ein, zwei Mal versuchen zu machen. Das ist quasi die neueste Donkey Kong Tag. Und dafür müssen wir den Fisch, ich werde gleich einen Fisch holen und den müssen wir bestimmt manipulieren. Erstmal müssen wir hier unter diesen Angard-Fass drunter schwimmen. Das geht auch nur mit Dixie und ist eigentlich nicht intended vom Spiel. Und es gab noch kein Patch oder wie? Ne, leider nicht. So, jetzt habe ich das Wasser angehoben. Und jetzt muss ich zurückschwimmen und muss jetzt diesen Fisch an eine bestimmte Position quasi... Oh, das war ein undankbares Pattern gerade für den Fisch. Aber wir haben hier noch ein Backup. Nice. Und dadurch haben wir das Level geskippt. Hä? Okay, und was genau da passiert ist, weißt du? Wir haben uns in die Wand reingeklippt beim Kong Swatten und dadurch wurde jetzt quasi Diddy einfach... Komischerweise ist das Ziel genau passend da drüber gewesen. Okay. Und dadurch wurde Diddy quasi durch die Wand da hochgeklippt. Okay, abgefahren. Ja, krass, dass sowas erst 2020 herausgefunden wurde. Das ist ja total witzig. Genau, das hat irgendeiner mal in einem Test-One oder so, also mit einem Test-Board herausgefunden und einer hat, ein Amerikaner hat sich dann halt hingesetzt und hat versucht, das mit menschlich nachzubilden und hat es dann auch hingekriegt. Okay. Und den würdest du in einem Run auch versuchen? Ja, genau. Und wenn er nicht klappt, ist das schlecht? Das ist Reset. Natürlich. So wie alles. Also ich... Ja, man muss sagen, ab 40 Minuten ist alles, was du falsch machst, Reset. Ja, ja. So, hier machen wir einen kleinen Damage-Boost, um die nächsten Screens zu skippen. Ah ja, und das hier ist Windy-Well. Wir haben halt diese Wind-Mechanic, die einen hochschießt. Wichtig dabei ist immer nach oben halten, damit man schneller hochfliegt. Ansonsten einfach die Musik genießen und... So, und gleich kommen wir zu Castle Crush. Castle Crush ist so der vorletzte von diesen Warps, die wir machen müssen. Weil Castle Crush ist ein riesiger Autoscroller, der dauert so 6-7 Minuten eigentlich. Ja. Und wir versuchen den zu reduzieren auf 18 Sekunden. Und dafür brauchen wir jetzt gleich auch beide Kongs. Und... Ja, genau. Also wenn ich ihn nicht kriege, werde ich nochmal dafür gehen, weil dieser Autoscroller ist einfach viel zu lang. Und auch viel zu langsam. Waren die 1500-Runs komplett-Runs oder mit Reset? Nein, mit Reset. Also einfach 1500 mal den Timer gestartet. Ich glaube, komplette Runs ist irgendwie 500 oder so. So, jetzt werfen wir hier an den Kong hoch. Zeugen nutzen unsichtbares Objekt. Ich hoffe, das funktioniert. Nope, hat nicht funktioniert. Okay, das war jetzt ein bisschen tricky, weil ich das Spiel nicht softlocken möchte, deswegen muss ich hier jetzt gerade mal... Okay, hat funktioniert. Weil ansonsten wäre das... Du wärst jetzt da gefangen. Okay, okay. Ich hatte gerade Angst, dass das Spiel softlock... Ich mach mal lieber ein Safety Save. Ja. Ich möchte nicht, dass das Spiel softlock an der Stelle. Das kann man nämlich... Also softlocken, das würde es komplett... Es würde einfach hängen bleiben und dadurch, dass wir nicht gespeichert haben, haben wir keinen Speicherpunkt. Also müsste wir von vorne anfangen. So, jetzt muss ich hier einmal kurz Diddy holen, weil ich, wie gesagt, beide Kongs dafür brauche. Kann man safe und quit machen eigentlich? Ah ja. Ja, genau, das geht. Sobald man ein Level abgeschlossen hat, kann man safe und quit machen. Ah ja, es ist so typisch, dass entweder bei Showcases oder so Castle Crush oder irgendein Warp geht immer schief. Die anderen waren bisher alle sehr, sehr gut. Ja. Deswegen... Der, der am meisten Zeit spart, geht natürlich nicht fast. Es kam gerade mal die Frage mit den Invisible Barrels, da hast du immer Käfer benutzt. Ist das Zufall oder geht es nur mit denen? Stand im Chat. Schon wieder nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich falsch mache. Ähm, ne, mit den Käfern geht es am einfachsten. Okay. Es geht auch mit anderen. Ja, sorry, wenn ich gerade ein bisschen fokussiert bin. Na, um Gottes Willen, das solltest du immer machen. Dieser Skip ist halt super präzise und ich muss gerade selber, selber für mich quasi so gucken, wo mache ich falsche Eingaben und... Im Chat steht sogar, dieser Skip ist der Grund, wieso ich mich vor dem Speedrun drücke. Ja, der Skip ist nicht einfach. Er sieht super simpel aus, er ist aber auch sehr präzise. Das ist alles nicht gut los. Was ist denn hier los? Und der Skip macht nur, dass du das Level sofort bandest. Genau, ob der das Level sofort bandest. Ja, es nervt mich jetzt natürlich auch, dass der Skip nicht funktioniert. Kann ich verstehen. Aber es ist typisch. Kann ich verstehen. Der geht natürlich jetzt auch in die Zeit, ne. Das ist halt das Problem. Wahrscheinlich nach dem vierten, fünften Fail wäre es halt schneller das Level. Es ist, glaube ich, immer noch schneller. Ähm, der Autosquare hat dort sieben Minuten. Also wir haben, wir sind immer noch, es ist immer noch gut. Aber ich will den nicht machen. Ja, na klar. Daumen sind gedrückt vom Chat. Das Positioning ist einfach nicht gut heute. So, einen neuen Versuch. Sieben Minuten würde der dauern? Ja. Okay, das ja. Verstehen. Also ich versuche es jetzt noch zwei, drei Mal. Im Worst Case müssen wir leider dann, äh, ich will den Autosquader nicht machen, weil das das Estimate sprengen würde. Das ist alles easy, ne. Also nehmt euch da, auch für alle anderen, die hier noch runnen, äh, solche, das ist halt ganz entspannt. Wir machen hier unseren eigenen Schedule. Ansonsten werden wir den alten Skip machen. Den kann ich auch noch vorführen. Dadurch, dass ich 102% Speed runne, kann ich den alten Skip noch versuchen. Dadurch sparen wir nicht super viel Zeit, aber wenigstens brauchen wir den Autosquader nicht komplett machen. Oh, das war glaube ich zu früh. Oh, das ist weh. Heute einfach nicht. Was passiert dann? Dann kommt wieder so ein, so ein Barrel, dass ich... Äh, genau. Also, was passieren würde ist, äh, Wambi nimmt Damage und das Level wird geskippt. Äh, der Skip ist von 2018. Also ja, er ist etwas neuer. Ja, das finde ich immer beeindruckend, wenn so viele Jahre nachdem das Spiel natürlich gerannt wird, schon noch irgendwas Neues gefunden wird. So, dann krieg ich nochmal rein. Aber ich muss auch einfach sagen, es liegt nicht am Spiel. Es ist 100% Fehler auf meiner Seite, weil die Inputs nicht korrekt sind. Aber das kann man halt im Nachhinein immer besser sagen. Nein, jetzt bin ich zu früh in das Baby reingefahren. Mach's nochmal ruhig, also wie gesagt, mach wie du magst, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, versuchst du was anderes. Ich mach's jetzt noch einmal und dann versuche ich für den alten Skip zu gehen. Ach, das war halt... Jetzt hab ich kein Kong mitgenommen. Ja, das... Ach, jetzt kannst du keinen Safe and Quit machen. Ja, ich kann halt nicht Safe and Quit machen. Wie wird sowas eigentlich gefunden, fragt jemand. Ja, die Leute suchen natürlich... Also, es gab ja schon diese anderen Invisible Optic Warps und so, die irgendeiner mal gefunden hat. Einfach durch Testen wurde das rausgefunden. Und dann hat man natürlich probiert, hey, in welchem Level können wir das denn noch machen? Ja. So, last try, bevor wir einen anderen Skip machen. Der andere Skip ist eigentlich sogar cooler als der Skip, aber... Ist wahrscheinlich nicht so schnell. Ja, er dauert anderthalb Minuten länger. Das sollte auch jetzt super aussehen. Ja. Ja, voilà, tschakka. Nice. Um ehrlich zu sein, sag's für mich genauso oft. Aber irgendwas musst du ja anders gemacht haben. Es hat funktioniert. Ja, dieser Skip ist super penibel. Wann du in das Barrel gehst, wo dieser Cutlass, also so heißt der Gegner, die Schwerter quasi in den Bodenrand und so. Da hast du es ja schon gesehen, da hast du ja schon gesagt, es sieht besser aus. Ja, genau. Das Level hier dagegen ist super einfach. Also es ist einfach nur... Hier sehen wir jetzt mal ganz kurz Angard, den haben wir im Speedrun noch gar nicht gesehen. Jetzt ist Angard wieder weg. Das war's. Der hat seinen kurzen Auftritt auf jeden Fall gehabt. Ja, ja, den erbvon Auftritt. So, jetzt kommen wir gleich zur Throwaway Your Girlfriend Strat. Wir werfen Dixie jetzt einfach in dieses Invisible Barrel und Dixie ploppt aber gleich einfach wieder oben raus. Ja klar. Kann man im echten Leben mal ausprobieren? Würde ich nicht empfehlen. So und jetzt kommen wir zum letzten Warp CLC, also Chaining Chamber. Der ist auch präzise, aber er ist einfacher zu backuppen. Also man hat sehr großzügige Versuche dafür, wenn man in diesem Level auch vorankommen würde. Vier Leben haben wir noch. Ja, ich werde gleich sonst noch einmal speichern. Da hat man so gerade gemerkt, dass die Nervosität quasi reinklickt, wenn du es... Ja, das muss man natürlich auch sagen. Das ist etwas anderes. Das ist hier vor Live-Publikum. Deswegen wirklich auch an alle Runner, die noch kommen, ganz easy peasy, wenn hier alles nicht beim ersten Mal funktioniert, ist das ganz normal. Ich kenne es. Die Skippezeichen ist einfach großartig. Ja. So. Und das hat beim ersten Mal funktioniert. Nöööö. Klassiker. So und jetzt haben wir Toxic Tower. Toxic Tower hat jetzt Wedley die Schlange mit das härteste Level im Speed One. Und natürlich ist es mit am Schluss. Und wir versuchen jetzt viel von diesen Double-Jumps zu machen. Die gehen eigentlich nicht. Genau. Und dafür muss ich drei Tasten gleichzeitig drücken. Ja, eine Controller-Cam wäre tatsächlich gerade interessant. Ich sehe es ja. Aber damit haben wir jetzt diese Schlangen-Sektion in einer Zeit gemacht, wo, glaube ich, jeder Casual zehnmal dran gestorben wäre. So und jetzt haben wir noch eine Squawk-Sektion. Whoa! 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 What? Oh! Oh. Oh no! Ich habe einen Safe-State, glaube ich, aktiviert. Oh! Naja, das könnte sein! Oh Gott! Das ist natürlich ein Fehler, der kommt von meiner Konsole. Ah, damn! Okay. Nein, und das Level lief so gut. Wir machen ja keine kleine Pause. Also bei der Zeit. Ich nehme jetzt einfach, ich muss jetzt leider die Cartridge nehmen, weil wir keinen complete safe haben. Okay, das ist natürlich, ja Mist, das ist, stimmt, ich glaube, ich habe da auch nicht dran gedacht. Select, ich weiß das selber gar nicht. Nee, es war, also normalerweise ist es glaube ich X und L und ich habe das gefett fingert, weil ich so dicht an der X-Taste war. Oh nein. Okay, ja, das tut mir natürlich leid, das werde ich natürlich spät ausmachen. Wir können, dann nehmen wir jetzt das Modul. Ja, genau. Einfach rausziehen, ja. Achso, einfach rausziehen? Ja, einfach rausziehen. Ah, okay. Ja, ich habe so, ich habe nur die alten, alten, nee, ich habe die, doch, das müsste, wir spielen jetzt auch leider auf der japanischen Version. Ich hoffe, es funktioniert so on the fly. Warte, warte, es dauert immer ein bisschen. Aber, nee. Okay, dann muss ich, doch, klappt. Ja, ich sage ja. Ja, ich habe leider nur ein completed safe file auf der japanischen Version. Nein, das ist, glaube ich, der Text spielt die kleinste Rolle hier in diesem Run. Ja, krass. Okay, also das hat gar nichts mit deinem Fail zu tun. Das liegt daran, dass hier noch Shortcuts aktiviert sind. Ja, ich muss nur aufpassen, den jetzt nicht schon wird. Triggern. Ja, hätten wir natürlich jetzt auch ausstellen können. Ja, ich versuche jetzt einfach, das Level nochmal. Okay, ich versuche einfach mal grob da wieder mit der Zeit reinzugeben. Wann machst du da was? Jetzt habe ich es gerade so schön gemacht. Ja, es sah wirklich gut aus, oder? Du sagtest, es sei eines der schwersten Level und du bist da die ganze Zeit durchgesprungen mit deinen Double Jumps. Cringe wäre es ausstellend. Ich habe es immer wieder gesagt im Chat, Leute. Ich hasse es, wenn diese Safe State-Kacke an ist. Ja. Ja, natürlich. Jetzt funktioniert es im Fühl. Na ja. Na, jetzt kommt man. Ich muss ja gleich aufpassen, das nicht schon wieder zu machen. Ja, dann bestellen wir es aus. Ich habe aber auch nicht dran gedacht. Nee, natürlich nicht. Sollst du auch gar nicht. Das ist, äh, ja, ist doof gelaufen. Egal. Ich nehme einfach auch meinen Finger von der Tasse weg. So, es war hier so ungefähr, ne? Ja, ja, genau. Das kommt ja jetzt nicht auf ein Sekündchen an. Ja, mein Gott. Der Mann ist vorbereitet. Der bringt sein eigenes Modul mit, mit 100% Safe State drauf. Das muss man mal Donkey Kong leider machen. Das ist, äh, das Spiel ist einfach zu hart. Sehr gut. Okay. Alles gerettet, nicht viel passiert. Vergessen wir es einfach. Genau. Leider sehen wir jetzt nicht die Sektion hier, wo Donkey, äh, weggenommen wird, weil dieses Safe-File completed ist. Äh, genau. Und jetzt haben wir noch ein Level bevor der K-Wolf-File kommt. Äh, Squish-Sprint. Äh, in Squish sollen wir ein Rennen gegen einen anderen Vogel machen. Äh, das kommt gleich. Dann haben wir wieder den Soundtrack. Oh, das war... Das habe ich auch noch nie gehabt. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ich habe es amüsiert über die Narben der, der Gegner und der Skips. Ach, bitte nicht mich. Nein. Oh Gott, ich hasse sowas. Das ist halt komplett random, wo diese Vögel einen hin, äh, diese Katzen einen hinschießen. Und deswegen muss ich das hier gerade ein bisschen safer spielen als sonst. Man kann normalerweise dieses Rennen skippen, indem man hinter dem Vogel quasi drüber hinwegfliegt. Hat jetzt nicht funktioniert, dadurch verdienen wir aber auch nur drei, vier Sekunden. Zack. Oh, das war zu tief. Äh, äh... Boah, passieren hier lustige Fehler gerade. So, diesen B-Wing kann man normalerweise auch Damageless durchgehen, aber dadurch, dass ich jetzt gerade ein Leben verloren habe und ich nicht dieses Level nochmal machen möchte, äh, müssen wir leider etwas safe spielen. Ich glaube, ich habe etliche Leben verloren hier in Casual. Genau, und jetzt kommen wir zu K-Wall. Sind jetzt auch am Ende des Spiels und am Ende des Runs angekommen. Casual wahrscheinlich einer der härtesten Bosse, also der hat schon in sich. Ähm, okay, du sagst mir kurz vor dem letzten Hits, wenn Time ist, sagst du mir Bescheid, weil das weiß ich jetzt ja nicht, äh... Ja, ja, ich sag's Bescheid. Wir haben erstmal noch so drei, vier Minuten. Genau, K-Wall ist einfach auswendig lernen. Äh, ist immer gleich. Übrigens mit einer der besten Soundtracks von dem Spiel, meiner Meinung nach. Der ist ja nur hier, tatsächlich, oder? Der, der ist nur hier. Der ist auch in Grand Puga 3. Ja, ja. Wie der Mucke aus dem Hecke klauscht in den Chat, ne? Das ist so. Ja, zack, und da sind nicht mal 15 Minuten rum und du hast das Spiel gleich durchgespielt. Das ist, äh, schon abgefahren, ja? So funktioniert's. Genau, bei K-Wall Fight ist eigentlich nur das Einzige, was anzumerken ist, jedes Mal, wenn er mit seinem Gewehr, quasi, versucht, die Kanone einzusaugen, äh, wenn man optimal sein will, geht man für sogenannten Dustless, also ihr seht immer so kleine Staubpartikel, die reinkommen, äh, wenn er saugt. Und wenn man halt die Würfe optimiert, sieht man die überhaupt nicht, aber da muss man jeden Wurf, quasi, auswendig lernen, wann man werfen muss. Genau, und im Hintergrund sieht man zum Beispiel auch den Super Nintendo Controller. Je nachdem, ob man die amerikanische oder die japanische Version spielt, ist auch der amerikanische oder japanische Controller im Hintergrund. Ah, ja? Okay, das ist ja ganz cool. Also hätten wir jetzt gerade die andere gesehen. Genau, wir hätten jetzt eigentlich den amerikanischen Controller eigentlich gesehen. Haben hier einfach gerade so ein kleines Visual Pattern, was sich etabliert hat, ähm, ähm, damit man weiß, wann man die in Cannonball werfen muss. Ja, na klar. So, jetzt kommt die letzte Phase, aber wir haben noch zwei Hits. So, bei dieser Phase einfach in die Ecke rennen, treffen lassen, die Tasten spamen und fertig, weil Kaywook trifft einen hier hinten nicht. So, zwei Hits noch. So, bei denen muss man einfach gut Jump'n'Runs spielen können und hier geschickt durch diese roten Dinger durchspringen. Ja, der ist schon casual, da verliert man auch ein paar Leben, ne, und hier ist, ich erinnere mich, der ist schon hart. Genau, und jetzt kommt eigentlich der härteste, weil jetzt schießt Kaywook so lila Wolken und die reversen deine Controls, wenn die dich hitten. Aber hierfür einfach mit diesem Fenster quasi, äh, eine Linie bilden und immer springen, wenn die Dinger am höchsten Punkt sind. So, und für die letzte Phase laufen wir jetzt mit Didi einfach nur nach links, weil Kaywook kann Didi nicht einsaugen, weil es zu schnell ist. So, das ist der dritte. Er saugt jetzt noch einmal, dann kommt der Cannonball und dann kommt gleich Time. Also, wenn, wenn der, äh, wenn der Coin quasi auf uns fliegt, dann. So, jetzt kommen noch zwei Shots. Das ist auch so blöd. Und Time. Chaka, großen Applaus. Wow, das war ein nicer Run. Wir sind jetzt bei einer 51.08. Ja, eigentlich. Bist du wahrscheinlich als Perfektionist nicht zufrieden. Bin ich total unzufrieden mit. Ja, na klar. Gut, der eine Fehler, der war natürlich, das war mit dem Safe-Set ein bisschen ärgerlich. Also, bis auf diesen Castle Crush Fehler, der leider zu lange gedauert hat, bin ich super zufrieden mit dem. Würde ich auch sagen. Das war eine krasse, starke Vorstellung. Und man konnte wertschätzen und sehen, dass es wirklich skillig ist, dieses Spiel zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr geil. Du hast gesagt, du spielst das auch noch weiter. Das heißt, du bist auch auf Twitch unterwegs. Genau, unter Twitch, unter Stormson. Ich spiele momentan DGC 2, weil ich auch Ende Februar auf die ESA fliegen werde und da 102% zeige. Also, ESA ist ja das europäische TDQ quasi. Ja. Genau, DGC 1 kommt dieses Jahr auch noch. DGC 3 auch noch. Und ansonsten sieht man bei mir auch Messenger, weil ich eigentlich ein Messenger-Speedrunner bin. Ja, geil. Und Castlevania Wonder of Blood habe ich mir jetzt angeeignet. Okay, das klingt nach sehr guten Spielen. Es gibt auch ein Shoutout, da habt ihr jetzt so ein kleines Fenster, da könnt ihr einfach draufklicken. Lohnt sich, folgt einfach rein und unterstützt jeden Speedrunner. Das ist einfach cool. Und ohne solche Leute könnten wir hier sowas nicht machen. Und das war sehr beeindruckend. Und es war natürlich auch, das ist nochmal schwerer, der erste Run hier überhaupt. Das ist immer auch eine kleine Challenge, weil wir haben natürlich gerade auch erstmal Setup ausprobiert und der erste Run ist natürlich schon immer spielig. Es war auch das erste Mal, dass ich Any% zeige. Also ich habe bisher immer nur 102% gezeigt und Any% ja kickt nochmal anders. Das ist halt, ja. Aber wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch krass, du hast super viel zum Spiel erzählt. Das ist super Luxus. Das war krass. Du hast ja wirklich alles kommentieren können. Hat mir richtig gut gefallen. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Genau sowas wollen wir ja hier. Jetzt sehen wir noch geilen asiatischen Outro. Ja, wer das lesen kann, ich kann es nicht. Ja, jetzt kommen die Credits. Die Credits-Musik ist natürlich auch super schön von dem Spiel. Ja, und jetzt hätten wir jetzt die amerikanische Version, konnten wir jetzt die Namen von den ganzen Gegnern lesen. Okay, also Sloppy Slop von Cracky Frog. Ja, ich kann Cracky Frog. Genau. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, Storms, dass du da warst. Shoutout war, gab es im Chat, folgt da rein, guckt ihn euch an und wie gesagt, Messenger geil, Castlevania geil, also klingt nach gutem Liner. Ja, ich habe irgendwie so eine Tendenz, mich schwere Spiele auszusuchen, die aber sehr schön anzuschauen sind. Sehr schön. Okay, ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war unser erster Slot. Er hat technisch überraschend gut funktioniert. Irgendwas muss gleich eigentlich noch passieren, explodieren oder so. Es hat funktioniert. Wir sehen gleich hier, wir sind natürlich jetzt ein bisschen in unserem Schedule schon verrutscht, aber so ist das. Lag nicht an deinem Run, sondern dadurch, dass wir ein bisschen später angefangen haben. Wir haben gleich hier den einen oder anderen Gast, ist noch nicht ganz klar. Es könnte aber sein, dass auch ein Nail-Fall vielleicht gleich mal kommt, habe ich gehört. Er zuckt noch mit der Schulter. Genau, später sehen wir noch einen Mario Wonderspeed Run. Es gibt unsere Mario Maker Challenge. Darauf kann ich auch schon mal hinweisen. Jetzt weiß ich gar nicht die Uhrzeit. Ja, ich gucke mal in unseren eigenen Schedule. Irgendwo steht sie. Mario Maker. Ich gucke einfach mal groß da rein. Kann ich nicht sehen. Was steht das da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sage ich euch gleich, gibt es eine Mario Maker Challenge. Da könnt ihr alle mitmachen. Also jeder kann live auf die Bühne kommen, ein von der Community gebautes Level spielen. Und wenn ihr das gut spielt und schnell spielt, gibt es auch noch Preise zu gewinnen. Das wird witzig, haben wir schon ein paar Mal gemacht und war immer sehr amüsant. Gut, vielen Dank, Storms, dass du da warst und unseren ersten Slot hier bereichert hast. Wir machen eine kleine Mini-Pause und dann gibt es hier weiter. Retro-Action und Speedruns. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020